Alle Tiere auf der Erde legen Eier. Elefanten, die die Erde umrunden. Die Chinesen haben den Klimawandel erfunden. Jeder Diesel auf der Erde liebt die Umwelt. Eine Fiktion, die uns allen gefällt. Alles, was Politiker sagen, ist automatisch wahr. Diese Welt ist wunderbar. Falschaussagen treffen dich im Leben meist unvorbereitet. Glaub nicht in Dreck. Informier dich auf Themencheck. Fragst du dich manchmal, ob das stimmt, was ein Politiker in einer Fernsehsendung gesagt hat? Politiker nennen Zahlen und Daten, die selten nachgeprüft werden. Wenn Moderator und Kontragenten nicht kontern können, bleiben die Aussagen einfach stehen. Wir von Themencheck überprüfen diese Aussagen für euch. Aber noch viel mehr, du kannst dich bei uns registrieren und mit überprüfen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Transparenz im Wahlkampf. Auf Themencheck wird die Innenpolitik belichtet und den Medien unter die Arme gegriffen. Nach der Wahl wollen wir uns das Parlament genauer ansehen. Wer hat wann gefehlt? Was wurde wann beschlossen? Wer hat über was wann gesprochen? Wer lag nachweislich falsch? Findest du unser Vorhaben gut? Dann unterstütze uns bitte mit deinem Wund beim Social Impact Award Community Voting. Danke! Danke! Bis zum nächsten Mal.